Hallöchen ihr Süßen! Ihr glaubt ja nicht was möglich ist, aber ich gucke eben in PSN ein bisschen rum und sehe... Es ist da! Das DLC ist da, liebe Leute! Das Motorrad DLC zum Test Drive Unlimited 2! Ich muss mich leider übelst beeilen, weil ich eigentlich schon längst los muss. Und deswegen... Ich will eigentlich nur kurz zeigen was abgeht. Es ist wie gesagt Blind auch. Ich bin sehr gespannt was abgeht. Ich habe mir eine schon gekauft. Es gibt eigentlich nur eine Maschine, die mir teilweise zusagt. Oh Leute! Ihr wisst ja, ich bin der Fan eigentlich so. Ich habe mir gehofft eine Honda CBR hier zu sehen. Oder eine Yamaha R1 oder eine R6. Das sind ja meine Traummaschinen. Eine Honda CBR habe ich ja selber. Deswegen hätte ich mich übelst gefreut. Oh, die haben schon alle ihre coolen Anzüge an. Ey, so sieht meine ungefähr auch aus. Nur eben cool. So. Oh, hier kommt wahrscheinlich vielleicht noch eine hin. Das wäre natürlich schick. Ob man hier die Farbe wechseln kann und alles, weiß ich gar nicht. Ich kenne mich kaum aus. Wie gesagt, das ist alles blind. Ob man später doch nochmal wohin fahren kann. Und die umändern kann die Farbe. Keine Ahnung. Dieses Fahrzeug kaufen auf jeden Fall. Hier sind die Schlüssel für dein neues Motorrad. Oh, geil. Ich bin gespannt. Oh Mann, warum muss ich jetzt gleich weg? Das ist doch scheiße. Wieso sah ich auf einmal so aus? Was war das denn gerade? Oh, schick. Schick, liebe Leute. Es ist jetzt leider Nacht. Ah, Ducati ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Okay, ey. Oh, geil. Hier habe ich so lange drauf gewartet. Gucken wir uns das erstmal an. Oh, ne. Das war Radio. Okay, wir haben hier so Gesten. Was sagt die Sicht aus? Okay. Oh, cool, ey. Und ja, Mann. Helmsicht. Oh, geil. Okay, ich schalte es selber. Sehr schön. Oh, kommt das geil. Kommt das geil. Okay, die Sicht gibt es auch noch. Geil, ey. Okay, Leute. Es sollte eigentlich nur ein kurzes Infovideo wirklich sein, dass es da ist. Boah, man kann sogar Stoppie machen. Okay, vom Fahrverhalten fühlt sich sehr cool an. Oh, Alter, ist das ungewohnt. Aber total ungewohnt wegen dem Spiel hier. Geil. Oh, und Wheelie geht natürlich auch. Oh, aber die Sicht ist ja mal richtig nice. Oh, ist das ungewohnt, Leute. Jetzt mal Stoppie. Oh, geschmissen. Das war zu doll. Oh, warte, jetzt will ich noch was sehen. Oder warte, da brauche ich mal grad die Sicht zu. Mal gucken, ob man das Schalten sieht am Fuß. Ja. Oh, Tatsache. Er schaltet echt, auch wenn man runterschaltet, ist das von oben da unten. Oh, das ist echt Respekt. Also das finde ich cool. Das sind diese kleinen Details. Und er sieht auch, wie er Gas gibt. Geil. Oh, jetzt ist, jetzt, wo wir es genau wissen, zieht er auch die Kupplung, wenn man schaltet. Altertatsache. Das ist ja geil. Ich mach das ja bei meiner Maschine auch so gerne. So hochschalten. Dann so schön gechillt fahren. Dann runterschalten und Gas geben. Boah, so mach ich das auch immer. Und dann immer schön überdrehen. Oh, Leute, da werde ich jetzt mal einen Spaß mit haben. Ich wollte euch Bescheid sagen, dass die jetzt, sie ist da. Boah! Okay, das, das muss ich wohl noch üben. Ah. Coole kleine LED-Blinker. Schick. Okay, wäre jetzt natürlich echt geil, wenn es da noch mehr Maschinen gibt. Vielleicht kommen noch welche. Das wäre natürlich saukool. Oh, Wheelie, okay. Andere Sachen haben wir jetzt da oben. Boah, sehr geil. Sehr nice. Man, da will man immer gucken und dann passiert die ganze Scheiße hier. Gut, Leute, das war es schon meinerseits. Ich habe gesagt, ich mache hier noch ein Let's Show von. Auf jeden Fall. Das war mein Let's Show. Ey, holt euch. Es macht Laune, merke ich gerade. Ich werde gleich auf jeden Fall noch weiter rumfahren. Nur jetzt habe ich leider keine Zeit mehr. Falls ihr noch ein Video, ein Cruising-Video haben wollt oder so, sagt mir einfach Bescheid. Dann nehme ich nochmal was auf. Ansonsten war es das erstmal. Bis dann, Leute.